so leute heute lassen wir mal das ganze spaßige intro weg aus gegebenem anlass wir wurden jetzt oft gefragt wollt ihr denn dazu nicht mal stellung nehmen wozu und zwar ja ich fange mal damit an die pokémon community ist eine sehr sehr kleine und dementsprechend hat wahrscheinlich jeder im deutschen pokémon twitch community bereich mitbekommen dass es so eine kleine hate woche wochenende gab sage ich mal in den genannten ich nenne jetzt mal drei streamer und leber pokémon geodudes und wir was ist vorgefallen sowohl hat und leber ich mal so einen kleinen rundumschlag quasi gemacht als auch dass die pokémon geodudes ihre mystery box veröffentlicht haben und dann sind halt verschiedene sachen daraufhin oder währenddessen passiert vorab möchte ich sagen ich habe mit beiden parteien schon telefoniert und wir haben uns insofern ausgesprochen dass alles aber fein ist ich sage immer wieder in den streams so bei männern haut man sich einmal auf die gosche und dann ist alles gut ja dennoch nichtsdestotrotz wollen wir euch einmal unsere meinung zu dem ganzen sagen was wir gut finden was was wir schlecht finden an dem ganzen und was einfach falsch gelaufen ist weil punkt nummer eins ist was wir schon von anfang an zeit wir dieses ganze ding machen nicht verstehen können und das scheint in dieser tcg community das haben uns auch streamer von aus der von anderen community auch schon gesagt also gang und gäbe zu sein dieser hate gegen andere die etwas machen was man selber nicht macht oder was die eigene community was der eigene streamer nicht macht das ist ganz ganz schlimm wo wir inzwischen einfach nicht mehr weiß weiß wissen wo das herkommt so weil also um es auf den punkt zu bringen und leber hat halt vor allem unsere produkte angegriffen von kosten und man kann da gewinnen und hier glücksspiel und so weiter und so fort und da ist einfach mal punkt eins wie gesagt telefoniert habe ich mit ihm das was wir machen ist kein glücksspiel so das ist völlig legal und abgesichertes wir haben es braun wird auch gleich was dazu sagen ich sag mal ein bisschen gambling verhalten bei uns im highroller gleiches geht jetzt auf die pokegeo dudes den riesen hate bekommen haben für ihre mystery boxen klar kann man jetzt darüber reden in transparenz und 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 das müssen die sich anhören lassen so wie wir uns was mit highroller anhören müssen genauso muss ich und leber halt anhören warum er da denn ohne sichere informationen zu haben irgendwie was in die welt posaunt hat und das ist eigentlich das wo wir uns einer meinung sind an alle streamer die genannten und alle anderen leute ich habe da mit marvin im telefonat eben darüber gesprochen von den pokegeo dudes wenn ihr eine meinung habt ist das gut ist es okay jeder sollte seine meinung auch haben aber jeder der eine reichweite hat sollte mit seiner meinung vorsichtig sein denn es ist fakt und das können wir offen da können wir offen darüber sprechen dass es bei uns tatsächlich zu gewissen einbußen geführt hat darüber wollen wir nicht weiter darauf eingehen aber wenn halt ein geodude ein und leber vor 70 vor 200 zuschauern sagt ja das was die da machen das finde ich nicht so gut dann ist das eine meinung aber sie führt zu schaden und deswegen haben wir uns ausgesprochen und jeder hat in seinen streams noch mal klargestellt dass eigentlich alles fein ist und dass wir am ende alle zusammenarbeiten wollen und gemeinsam als kleine community wachsen wollen so das ist eigentlich mal ganz kurz mein meinungsbild dazu und paul hat dazu auch noch ein paar sachen vor allem paul macht ja immer unsere grading returns und da begegnet er ja immer so dem einen oder anderen ja also ich glaube das allererste ist auf jeden fall mal wie gesagt eine meinung kann und soll auch jeder haben wie gesagt das was philip gesagt hat auch mit also so sehe ich persönlich ist auch das ist meine meinung ich finde nicht überall ist meine meinung gefragt so wenn ich über die grading returns beispielsweise spreche natürlich ich meine wir haben unseren partner cosmic grading service mit dem wir sehr zufrieden sind und natürlich gibt es auch viele andere grading unternehmen aber nichtsdestotrotz wenn ich vielleicht das ein oder andere grading unternehmen nicht so schön finde oder nicht so gut oder was auch immer bin ich persönlich der meinung muss ich doch dann nicht in den stream reingehen von einem streamer der gerade quasi ein grading return macht von einer von einem grading unternehmen was ich nicht so geil finde nur um da rein zu gehen und zu sagen das was die machen ist alles schlecht das was die machen ist alles scheiße die karte ist doch mindestens eine 10 ich sehe das viel besser auf der kamera obwohl du sie vor dir hast und da sage ich immer leute in dem moment wo sich da ein grading unternehmen ein streamer hingesetzt hat und sich vielleicht gedanken gemacht hat lasst den das doch mal machen so und da kommen wir dann zu dem nächsten punkt der uhr leber ja so wie ich das jetzt am ende mitbekommen habe vor allen dingen besonders wichtig ist und da stimme ich ihm natürlich auch zu wir streamer haben eine gewisse verantwortung dem sind wir uns auf jeden fall bewusst wie gesagt unsere intention war es nie irgendwas mit glücksspiel zu machen unsere intention war es einfach nur mit diesem high roller den wir damals als erste ins leben gerufen haben einfach etwas neues zu bieten für euch und einfach für die community einfach so ein bisschen wie gesagt einen kleinen ja ich weiß es nicht spaßfaktor einfach noch mal dazu zu bringen unsere intention war es niemals ja damit irgendwelche leute in den ruin zu treiben und natürlich das ist ja logisch dass man das nicht die intention ist aber wir sind uns dadurch aus unserer verantwortung wie gesagt bewusst und auch da können wir dazu sagen wir wir sind auf jeden fall oder wir gehen mit der ganzen sache verantwortungsvoll um auch da wir hatten auch schon die fälle in der vergangenheit dass uns leute angeschrieben haben gesagt haben leute ich habe hier ein bisschen über die stränge geschlagen die letzten wochen monate wie auch immer wo wir dann gesagt haben ja alles klar du wirst gesperrt bei uns kein problem am ende ähnlich wie in einem casino wo man sich quasi selber sperren kann und dann sich auch nicht so einfach entsperren kann also auch das ist passiert und natürlich sagen wir da auch ja klar passt so das ist für mich die zweite sache die verantwortung die dritte sache ich glaube ich habe es schon gesagt meiner meinung nach das wichtigste oder das a und o in dem moment wo ich mir eine eigene meinung bilde sollte ich auch ja diese meinung mit wirklich fakten untermauern können weil nur weil irgendjemand im chat schreibt das unter grading unternehmen als beispiel ist viel besser als das andere weil die machen das so und so und so ja das ist in dem moment kein fakt so dass es einfach irgendjemand der irgendwie seine meinung oder irgendwas weiterverbreitet in der anonymität des internets kommt dazu und da denke ich mir wenn ich dann als streamer dann in dem moment losgehe und sagt und dann in anderen streams erzähle hier vor der kamera vor einem gewissen publikum erzähle hey der und der macht das und das aber am ende stimmt das gar nicht so dann würde ich dann bin ich auch der meinung dann bin ich meiner verantwortungspflicht in dem moment nicht nachgekommen als streamer und wie gesagt ja ich verstehe es nicht ich verstehe den hate nicht wie gesagt ich meine am ende wir lieben die community wir lieben euch ihr seid unser content wir haben also ich meine sonst würden wir es nicht machen aber ja ich glaube tatsächlich gerade in dieser tcg szene läuft auch einiges verkehrt nur mal als kleines beispiel wir haben jetzt zum beispiel nachrichten auf instagram bekommen wo sich darüber beschwert wurde dass wir spenden sammeln für einen guten zweck in dem fall für die ukraine wo ich mir denke sag mal geht's noch ja sag mal geht's noch also klar natürlich spendet ihr ein teil mit oder ist es ein teil eures geldes was auch gespendet wird aber genauso geben wir ja ein teil von unserem geld dazu und zusätzlich ja also es ist doch nicht selbstverständlich dass wir das als aktion machen wir könnten auch sagen heute ist alles ein euro teurer und das nehmen wir halt für uns so und wir nutzen unsere reichweite für einen guten zweck um spenden aufzubringen und also da finde ich es wirklich ich weiß nicht ob es eine frechheit ist oder ob es einfach nur enttäuschend ist dass dann leute anfangen auch sich darüber zu beschweren und ich meine am ende also mal weil sie halt grundsätzlich was gegen dich haben das ist ja das problem ja und mal im ernst also wenn ich mir angucke keine ahnung also als beispiel nur mal tops also die die sportmarken sport karten marke der sport karten produzent tops hatte ja auch eine aktion wo sie quasi ich glaube so eine so eine karte aus der bundesliga produziert haben wo sie so die die einzelnen spieler mit in diesen aktionen für die ukraine gezeigt haben wo sie quasi ein bild gepostet haben wo sie gesagt haben hey ihr kauft diese karte und wir spenden den betrag den den ihr den ihr der da zusammenkommt durch den verkauf dieser karte und das motto war am ende ihr kauft wir spenden so und am ende ist es doch das was wir machen nichts anderes aber ich bezweifle mal stark dass irgendjemand zu tops geht und sagt ey leute was macht ihr denn da für ein scheiß ihr nutzt eure reichweite und wir sollen jetzt für euch spenden oder was seid ihr bescheuert so und das einmal nochmal als beispiel ich glaube am ende sollte sich jeder einfach mal hinterfragen ob das was ich da gerade mache ob das wirklich notwendig ist ob das einfach langeweile ist weil ich irgendwie sonst nichts zu tun habe muss ich irgendwie versuchen bei anderen leuten fehler zu finden und irgendwie sachen kritisieren leute wie gesagt genau und das ist halt darum geht es ja einfach also diese meinung die da kursiert ist das hat sich ein bisschen hochgebauscht dieser hate unter diesen paar streamer das gehören auch noch zwei drei andere dazu aber grundsätzlich und das habe ich wie gesagt auch hier mit marvin und telefon gesprochen dass dass er diesen hate abgekriegt hat mit den mystery boxen das ging ihm ja sogar sehr nahe sogar on stream und das hat er mir auch noch mal versichert und auch glaubwürdig gesagt ja das hat man auch die angemerkt und dann hat ist auch mike im stream für dich eingesprungen so quasi wo ich dann natürlich wieder sagt natürlich du hast halt sehr viel hate auch selber verbreitet was unsere aktion angeht und so das ist halt immer so aktuell wird da sehr viel gesät und wie es so schön heißt ne sturm sehen oder so was und so weiter und so fort ne wind sät sturm erntet und so und deswegen müssen wir das ganze mal ein bisschen deeskalieren wir sind und das muss man wirklich mal festhalten all eure pokémon streamer weg von uns das sind in der hand abgesehlt gibt immer hier einen kleiner der neu anfängt der mal aufhört und so weiter aber es sind 10 bis 15 pokémon streamer wenn überhaupt das ist eine community wenn ihr in dieser kategorie auf twitch guckt die hat zwischen 1000 und im high level 5000 zuschauer eher international international genau das heißt im deutschen bereich bewegen wir uns im hunderter bereich so und das ist es halt wir müssen doch diese wenigen menschen nicht auch noch gegeneinander aufbringen und dann am ende selbst die streamer die ihr supportet werden davon nicht profitieren weil jeder sich daran auch aufreibt was glaubt ihr wie anstrengend das für uns war ich mein du musst permanent fragen beantworten die du gar nicht willst du willst ja gar keine stellung zu etwas nehmen was dir eigentlich spaß machen soll und deswegen nochmal wir haben uns alle zusammen ausgesprochen und alle zusammen sollten wir ein ziel machen und auch wir das können wir jetzt verkünden und alle streamer die da mit betroffen waren wir haben gesagt wir haben hier ein studio aufgebaut jetzt könnte man natürlich wieder sagen ja die metros wollen sie alle zu sich holen schwach sind wir haben halt hier ein studio wir laden die leute hier ein lass uns hier mal so eine talkrunde machen und dann reden wir mal einen ganzen abend zwei drei sechs sieben acht neun zehn vierundzwanzig ne egal stunden über dieses thema und zeigen dass man alle was zusammen erreichen kann und dann kann man auch gerne mal sagen das was du da gemacht hast fand ich kacke und ich mache es halt nicht so aber dann hat man sich das einmal ins gesicht gesagt und das war nämlich das problem was letzte woche da geschehen ist jeder hat so für sich seinen zuschauern seiner community in seinen discord auch da haben wir screenshots bekommen was da so geschrieben worden ist gesagt ey du wirst die machen ist kacke und da nehmen wir uns noch nicht mal komplett von aus so auch wir haben dann auch reagiert und gesagt sich über uns lustig machen aber das und das machen ne das ist schwachsinn ich denke wir können es einfach zusammenfassen am ende sollte jeder das machen was er für richtig hält am ende sollte man sich dabei aber seiner verantwortung durchaus bewusst sein und dann solltet ihr die ihr die streamer schaut einfach euch den streamer raussuchen der euch für euch am unterhaltsamsten was auch immer ist und den solltet ihr einfach unterstützen und den anderen einfach ignorieren ganz einfach und in ruhe lassen ignorieren und in ruhe lassen und wie gesagt wenn ihr zu viel freizeit habt geht auch mal raus guckt mal was im echten leben passiert genau und das ist unser statement dazu mehr wollten wir gar nicht auf die sachen reagieren weil ich glaube das würde nur zu weiterem hate führen dementsprechend alle zusammen und denkt dran hier wir haben auch gerade noch irgendwo ein spenden video laufen ihr könnt auch noch ein bisschen was spenden für die ukraine dementsprechend für die madbros spendet was für die madbros wir brauchen es nämlich auch ganz nötig also bis dann so 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 so